Ja hallo liebe Freunde von Minecraft und von plapp wir sind hier wieder beim Let's Play da ich ganz ehrlich gesagt keine so große Lust mehr hatte das Textrapeck Vorstellungszeug weiter zu machen und darum habe ich jetzt wieder das Let's Play vorgesetzt ich finde es sollte einem auch Spaß machen ist ja kein Beruf sondern es macht es sollte der Spaß macht und wie ihr seht ist hier kein Dschungel mehr und das liegt daran dass um dass er uns die ganze Map komplett Prozent wieder runter geschmissen hat und ich habe dann einfach an der neue genommen und ich finde die ist auch ganz gut ist ziemlich schön und Prozent jetzt wollen wir und ja ich habe zu 90 gehen Prozent Prozent nehme ich den Kronx gehen ziemlich cool aus gehen um er wird und kennt der weiß Bescheid Prozent ja ich gehe mal davon aus dass die meisten die das hier sehen jetzt mal kommen können und ja alles sechs Prozent weg ist ein ziemlich einfaches der Weg ich habe das mal genommen weil LPN hat das Textrapeck auch Prozent ich glaube er hat nur eine höhere Auflösung als ich um aber das ist ja erstmal egal der hat glaube ich in seinen also LPN 05 der hat Prozent Prozent Let's Play Nook der hat er eigentlich auch das Textrapeck bisher mit Let's Play verwendet so ich würde sagen dann bauen wir erstmal wieder Holz ab aber mich freut das gerade extrem dass Minecraft so gut läuft oh jetzt müsste aber ganz kurz noch mal kurz eine ich pausier mal kurz ich muss mal kurz schauen wegen der Zeit dass die auch ja mit läuft so Zeit Stopp Ohr so ich denke mal wir nehmen schon mehr als eine Minute auf schon fast zwei also man hat man nicht so lange Flemmer hatten und zehn Minuten Aufnahme damit das ist damit ich mich auch ja nicht verstanden war aufschneiden habe ich kein Bock der Kämie und so aus ich bin froh dass es nicht mehr so leckt ich glaube das liegt aber auch daran dass das Textrapeck nicht so eine hohe Auflösung hat aber das ist schön so sollte ein Let's Play dann auch sein so ja wir bauen fleißig Holz ab so ein Baumrumpf war noch dann würde ich sagen warum wir am Flussufer ein kleines Fluss ich hab ich hab jetzt auch wieder richtig Bock auf Let's Play gehabt und ich finde man sollte das auch nur machen wenn man Bock drauf hat was sagen selbst die größten Let's Player dass man das nur machen sollte wenn man wirklich Bock drauf hat ja ich denke das reicht jetzt mal dann holz und dann gehen wir zum Flussufer ja aber nie da hier in diese kleine kleine große Fuss fast schon sagen Mittelinsel und dort gibt es ein hier hier können wir uns jetzt was schönes Bauern jetzt aber erstmal hier das Holz nehmen rein machen du 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 ich denke da kann man schon mal was schönes Bauern mit soratico gut ich will sie warm Ufer direkt das ist früher noch wo auch unterlegt hat es doch tatsächlich ein Dschungel ach ja und ich hab jetzt auch diese Texte und wegläuft jetzt übrigens auch auch da 124 obwohl ich ja gar nicht mehr auf der 1 2 4 Spiele und schon der allerneuesten Version auf der 1 2 5 so ups als leckt gerade doch ein bisschen ach jetzt wieder nicht mehr auch nicht dddd obwohl wir können sein lassen weil da kommt ja dann eh noch so das sollte eigentlich mal reichen für den Anfang so nur auch herrschte so und dann immer schön wenn sie noch Schafe gäbe aber und wir haben ich noch keine gesehen ja was ist da hinten es sind die Schafe sie stehen die Kühe oder Mauer wer fast zu schön gewesen wenn sie Schafe gewesen sein Schafe könnte ich geben auch um ein Bett zu machen aber irgendwie gibt es keine Schafe ja alles kühle ich brauche ich nicht hier Viecher ich brauche Schafe ich bin Schafe ja gebaden ich saue mit dir Hühner was habe ich von dem Huhn ja so ich wollte eigentlich auch noch ein weiteres Spiel Let's Play ähm außer Minecraft aber irgendwie hatte ich gar gar nicht so wirklich Bock auf ein anderes ähm ja darum wird es jetzt erstmal nur wieder Minecraft geben aber ich denke Prozent genau ab vielleicht vielleicht ich sag mal nichts sicheres aber vielleicht ab nächsten Monat wird es vielleicht sogar Konsolen LPs geben eventuell also von der Konsole also das heißt nicht nur von Minecraft so zock 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 so ich das jetzt zu so mache ich das ja dann das das ist so dann baue ich das hier so zu oh was war das Mist ich bin runtergegeracht 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 so eigentlich wollte ich erst auf dem Deine Craft Texture Pack weiterspielen ähm weil ich das auch sehr schön fand ich in letzter Zeit immer benutzt habe aber deswegen werden auf diesem Textur Pack stattfinden Sack zack und das nächste Stapel ich weiß jetzt gar nicht ob man für den Anfang unbedingt die Hütte schon so mit Luft über dem Kopf machen sollen das heißt dass sie sieben noch eins höher wie jetzt machen sollen du bist die Zeit noch mal Holz holen gehen das wird sich das größte Problem zu hohen die Sonne steht und die geht da und da oder oh ja die geht da unter also äh haben wir uns da aus options Peaceful ja würde ich jetzt auch mal lassen wie gesagt weil die nerven uns da nur rum jetzt vor allen Dingen am Anfang später stellen wir die mal bestimmt irgendwann mal ein um so ich ziehe ein noch hin oder soll man die vielleicht das ist jetzt die Frage einfach das wohl lassen und ja ich würde ich muss sowieso auch für das Dach noch mal also ich gehe jetzt noch mal ein bisschen Holz holen so immer noch mal eine Runde ach ich finde es schön dass es jetzt beim Let's Play nicht mehr leckt so amenities AKE Ehe 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 Er Ehe 10 10 15 10 15 Stück sollten es eigentlich reichen und mann holzen und 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 wird und ein das hat uns jetzt gefehlt Regen hallo Regen bei Regen leckt es immer ganz besonders wurde es wird jetzt ganz 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 leckend auch nö so eine schöne Insel hier und dann leckt es hier wie was weiß ich nur in diesem blöden Regen und da hat jeder noch die Sonne und da wird noch dunkel das ist ja wieder nicht schön geschissen die Aufnahme St die Runds nicht Spuren so dann nehmen wir grad mal das Holz machen wir es nicht ganz lange so so und ich sehe es rein gar nichts naja ich würde auch sagen das reicht jetzt für die Aufnahme heute ich würde sagen das reicht ja sonst braucht es auch wieder so ewig mit Rändern und Hochladen das macht ja auch viel Spaß also dann sehen wir uns nächstes Mal wieder zu Let's Play Minecraft und bis dahin euch noch ein schönes Wochenende Ciao Oh falsche Taste